Das neue Video von Aktien mit Kopf heißt mit 13 Millionen Euro in Rente. Dabei schildert Kolja seine Erkenntnisse aus 100 Jahren Bullen- und Bärenmarkt. Wir geben dir in diesem kurzen Video eine Zusammenfassung davon. Der durchschnittliche Bullenmarkt dauert 6,6 Jahre mit einer Rendite von 339%. Der durchschnittliche Bärenmarkt dauert hingegen nur 1,3 Jahre mit einem Verlust von 38%. Der längste und stärkste Bärenmarkt war 1930 bis 1933. Jeder wird in seinem Leben einige Bullen- und Bärenmärkte mitmachen. Wer seit 50 Jahren investiert, hat 6 Bärenmärkte erlebt, den aktuellen nicht inklusive. Kolja berechnet mit einem Zinsrechner seine voraussichtliche Rente auf Basis seines Depots von 630.000 Euro. Dabei geht er von einer durchschnittlichen Rendite von 8% pro Jahr und einer Laufzeit von 40 Jahren aus. Ohne weitere Einzahlungen erhält er mit dieser jährlichen Steigerung im Jahr 2060 ein Endkapital von 13,6 Millionen Euro. Obwohl in seiner Rendite von 8% eigentlich schon alle Bärenmärkte eingepreist waren, hat er nochmal 5 theoretische Bärenmärkte mit einem Verlust von je 38% eingerechnet. Das Erstaunliche, er kommt nach 40 Jahren trotzdem auf 8,5 Millionen Euro. Seine erste Erkenntnis, investiertes Geld am Aktienmarkt schwankt stark. Eine Krise wird die nächste ablösen und zwischenzeitliche Verluste sind normal. Erkenntnis Nummer 2. Je näher man an die Rente kommt, desto wichtiger ist der Vermögenserhalt. Deswegen sollte man Gewinne in Boomphasen in risikoärmere Anlagen umschichten. Kolja würde eine Investition von 100.000 Euro auf zwei Jahre strecken. Es ist wichtig, einen Plan zu haben. Also, wie sieht dein Plan aus? Schreib ihn in die Kommentare. All right.